Es ist wieder so weit. Real Boots Report. Wir gehen jetzt ins Meeting. Meeting haben wir heute nicht im AFZ, hier drüben, sondern Meetings sind heute im Stadion. Da drüben. Da geht's in die Sauna und in die Büros. Und da geht's in den Pressroom. Da gehen wir jetzt hin. Hey Jairus, man, wie geht's? Was geht's, man? Wie geht's, man? Alles gut, alles klar? Alles gut, alles klar? Alles gut, alles klar. Ja, hier wird fleißig Will Woods Report geschaut von letzter Woche. Ist der schönste Coach bei den Raiders. Sieht schon gut aus. Das ist der Basel, vercheckt gerade Bank Account, Schweizer Style halt. Sehr gut, wir fangen an, ich muss aufhören. Tschüss, Servus. Der erste Teil vom Meeting ist dann. Wir splitten auf. Jetzt ist die Defense-Special-Team sind da, die All-Ine ist gegangen. The most important meeting of the day. Special-Teams-Meeting auch da. Jetzt geht's mit Defense-Meetings weiter. Die Defense-Meetings sind durch. Jetzt gehen wir in den D-Line-Meetings rum. Willkommen zum Real Boots Report. Game Week 1. Vorbereitung. ELF-Season, vierter, sechster bei den Munich Ravens zu Hause. Jetzt waren wir gerade im Meeting. Jetzt geht's in die Kabine, umziehen, practice. Und ihr seht natürlich alles vom Start weg. So, ich muss mich jetzt mal langsam anziehen. Da muss ich noch tapen. Und dann wird's practice los. Hier sieht man einfach, wir sind verlierende Lagen. Das Training fängt jetzt gleich an. Alle sind fleißig. Da ist der Goose. Tut mit Tischtennisbeinen langsleiten. Da ist der Valentin. Valentin macht auch irgendwas. Ich hole jetzt mal Equipment. Mann, hab ich Bock zu trainieren. Jetzt geht's ein bisschen an Schlitten. Das wird heute keine fancy Einheit. Nur ein bisschen Basic Stance & Starts. Vielleicht ein bisschen Shuffeln. Mal schauen, was der Coach aufgeschrieben hat. Danach geht's eh ins Gym zu einer Beineinheit. Und heute Abend ist hier auch wieder Team practice. Deswegen sit back and enjoy the practice. Also, dass es nicht so gestellt ist. Wir sind Athleten. Wir haben uns nur kurz ins Auto gesetzt zum Kühlen. Wir fahren jetzt nicht vom AFZ ins LSC rüber. Wir gehen jetzt zu Fuß. Da ist wieder der Ehrlichkeitsputz. Da ist der Ehrlichkeitsputz wieder. Man kennt ihn. Den Ehrlichkeitsputz. Schau mal, der Goose macht es brav und fleißig. Was ist denn mit dem Fahrstuhl? Natürlich. Dafür wurden die Dinger erfunden. Er wird wieder rumgeschillen. Hier ist am Live. Wo sieht's denn jetzt aus? Bei den ist Butz. Hallo. Servus, Herr Butz. So. Jetzt schauen wir mal, was der Sebastian gerade aufgeschillt hat. Aha. Ist eigentlich ganz überschaubar. Lust habe ich trotzdem keine. Ich habe mega Hunger. Ich fange jetzt mal an. Wenn you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said I know, man, I still go. Go, 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 go. Da ist Cutie. Hallo Cutie. Hi. Claudia. Ein Bubble Tea mit Eiweiß. Stell dir mal kurz vor. Also wir haben ein Peanut-Protein-Shake mit Erdnussbutter, Daktel, Eiweißpulver und Milch. Bei der Claudia gibt es nicht nur Bubble Tea, sondern auch nahrhafte Mittagsküche. Die gönne ich mir jetzt. The next day. Ich befinde mich gerade auf dem Weg von Innsbruck nach München. Neben mir sitzt der. Hallo. Der Vincent Müller und isst Chips. Wir werden heute ein bisschen durch München strawanzen. Nehmen euch da natürlich mit. Vielleicht treffen wir sogar noch jemanden vom gegnerischen Team, was ihr genau in einer Woche facen werdet. So, wir sind am Platzel. In der schönen Innenstadt von München. Wir strawanzen jetzt ein bisschen durch die Stadt. Nehmen euch da mit. Ich zeig dem Vincent, was es so in München zu sehen gibt. So, wir watscheln jetzt vor zum Audeonsplatz. Dann schauen wir uns den noch an und dann gehen wir jetzt echt essen fast. Jetzt hängt der Magen durch. Es gäbe noch ein paar Sachen anzuschauen, aber der Marvin wartet und wir haben echt Hunger. Jetzt latscht man gerade in die Residenz rein. Schaut einfach geil aus. Ich mag den Innenhof. Ist cool. Da gibt es auch noch einen Park dazu, aber der ist auf der anderen Seite. Da werden wir jetzt nicht hingehen. Aha, schau. Hier ist Livemusik. Hallo Marvin. Hallo. Wie geht's euch? Gut. Wie geht's dir? Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Hallo Dennis. Hallo. Die zwei, die werdet ihr nächste Woche Sonntag nicht so friedlich nebeneinander laufen sehen. Ja, ich habe schon gesagt, das ist taktisch nicht so schlau, dass ich jetzt Vincent kennenlernen, weil wenn ich den jetzt tatsächlich sympathisch finde, dann tue ich mir auf dem Feld bisschen schwer. Jetzt weißt du, wieso wir das alles hier ganz zufällig eingefädelt haben. Alle, alle Vorteile. Was machen wir jetzt? Wir gehen in Slurp, die asiatische Nudelbar. Der Laden ist echt ganz geil. Okay, wenn du schon mal hier warst, kannst du irgendwas empfehlen. Hier schmeckt einfach alles gut. Vincent, was sagst du? Schaut sich auf die Gespräche aus. Wichtige Frage, Marvin. Ja, aufgeschließend. Das ist quasi die Bewerbungsfrage. Semmel oder Brötchen? Ja, okay. Semmel ohne Brot. Oh, Essen kommt. Schweinebauch. Und Torpedos. Was heißt das? Wir werden jetzt Essen fassen und erstmal vorspeisen. Wir haben einmal Torpedos, Schweinebauch und Chicken. Salty Sprite. Was sagst du? Irgendwo die Mette. Irgendwo die Mette. Und du? Er hat schon ganz neidisch auf unsere Schirmchen geschaut. Er wollte auch so ein Schirmchengetränk haben, aber ist nicht. Ist halt nicht. So, jetzt gibt's hier leckere Nudelsüppchen. So, Marvin hat jetzt einfach gesagt, er geht nicht mehr auf den Fernsehtouren, weil er was machen muss. Ja, zum Bayern Basketball Halbfinalspiel. Wir wurden da eingeladen und nachdem gestern die Bayern die Meisterschaft gewonnen haben und ich so ein großer Fußballfan bin, gehen wir da jetzt hin. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Jawohl. Alles muss gefüllt werden. Ciao. 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 Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß in München. Verlieb dich nicht in die Stadt, sonst sehen wir uns nächstes Jahr am selben Team. Eine Woche vor dem ersten Spiel machen wir natürlich ein körperfreundliches Sightseeing auf vier Rädern. Wir haben uns in so einer Eiskaffee geschnappt. Da drüben schauen wir, da ist doch Weltklasse zu sitzen. Da pflanzen wir uns hin. Lecker Eiskaffee vom Gelateria Italiana Adria. Geht dahin, ist gut. Lustiger Kerl, der noch nie einen Computer bedient hat und mit uns heute die Weltpremiere hatte. Eie Kaffee. Aber er wirkt sofort. Scheiß mal gleich in die Hosen. Dennis, filmen wir uns jetzt die drei Menschen. Also ein Eiskaffee hat aus mir einen ganz anderen Menschen gemacht und vor allem aus dem Vincent. Weil der war heute, wie ich gelernt habe, fast schon komatös. So porös war er der gute Mann. So porös, mittlerweile ist er wieder ansprechbar. Ist sehr wach, hat Drive und wir fahren jetzt weiter durch die Stadt und schauen ein bisschen was passiert. Jetzt zeige ich dem Vincent mal was ganz besonderes, was es hier in unserer Stadt gibt. Glaube ich echt sehr sehr selten, wenn nicht sogar einzigartig. Eine Welle mitten in der Stadt, in der man surfen kann. Ich habe ja mit Surfen nicht viel zu tun, aber die schauen wir uns jetzt mal an. Oh Surfer, ja, schau hier bitte. Wir haben die Pleasure, wir haben die Liner von den Munich Cowers am Start. Wie man alles trifft, faszinierend, München ist doch ein Dorf. Gevinson. Super. So, hier ist der Lange. Der Lange und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange. Kommst du am Wochenende eigentlich? Ja, ich komme am Wochenende. Ich bin gerade gezwungen worden, aber ich wäre auch so gekommen. Ich bin Fanboy. Das gibt's doch nicht. Ist ja der Reverse Reporter, was? Wenn ich da live dabei bin. Das ist Dennis Sandling von der Marke hier. Was geht denn ab, Dennis? Ja. Jetzt muss ich mal Zeit nehmen zur Begrüßung. Ich schalte es ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.